Die Situation ist mir bewusst, die ist weder für Wiesenhof noch für uns schön, keine Frage. Und wir stehen im ständigen Dialog mit unserem Partner Wiesenhof, was diese Themen angeht und sind da auch um lückenlose Aufklärung bemüht, sowohl wir, das einzufordern, als auch Wiesenhof, das entsprechend zu sanktionieren. Was auch sicherlich geschehen wird, ist nicht mit den Tierschutzbedingungen zu vereinbaren und auch nicht mit der Philosophie von Wiesenhof. Und deshalb bin ich da sicher, dass dort die richtigen Wege oder die richtigen Dinge in die Wege geleitet werden.